Unsere Purity Eyes Augencreme. Endlich ist sie da und sie ist ja auch schon eine Weile im Verkauf. Die Augencreme ist eine wirklich Herzensangelegenheit von mir in der Entwicklung gewesen, weil sie aufgrund von vielen Kundenwünschen entstanden ist. Eine Augencreme, warum brauchen wir sie? Das größte Problem, was wir im Alter bekommen, ist, dass zum einen das Lid schwächer wird, die Muskulatur lässt nach, das Lid hängt mehr zum Auge runter. Dann bekommen wir natürlich die kleinen Fällchen rund ums Auge, bei den Krähenfüßen angefangen. Und ein drittes Thema sind dunkle Augenringe. Das hat dann nichts mit zu wenig Schlaf zu tun, sondern ist ein Problem der Verklumpung von Blutblättchen. Und das schimmert dann hier an der dünnen Augenhaut besonders durch. Und gegen all diese drei Themen haben wir unsere Purity Eyes Augencreme mit ganz vielen besonderen Wirkstoffen gefüllt, die ich in den nächsten Videos erklären werde. Und eine kleine Überraschung findet man auch in der Innenseite der Kartonage. von Untertitelung des ZDF, 2020